Yo Leute, was geht ab? Mucka hier am Start und ja, wir sitzen heute hier wegen einem bestimmten Grund, denn wir haben auf YouTube die fucking 10.000 Abonnentenmarke geknackt und das ist einfach, ich kann es immer noch nicht glauben, wie viele das ist und was für eine kurze Zeit, genauso auf Twitch Leute, 5000 Follower innerhalb von ein paar Wochen, vielen, vielen Dank dafür, ich möchte dieses Video einfach benutzen, um euch allen einfach mal Dankeschön zu sagen, an allen, denen ein Dank gebührt, mir, ich kann das einfach nicht glauben und der erste Dank geht natürlich an meine Eltern, meine Eltern, ohne die gäbe es mich gar nicht, die unterstützen mich, die helfen mir immer aus, ich habe die liebsten Eltern der Welt, einfach vielen, vielen Dank an euch beide, einfach nur Dankeschön, dass es euch gibt und genauso an Team Mucka, dazu gehört Perry, dazu gehört Kevin, dazu gehört der ganze Spuzzletrupp, ihr seid immer da für mich, ihr helfen mir immer, ihr seid einfach, danke, 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 einfach nur die Geilsten, dass ihr mich aushaltet, nochmal hundertfachen Dank und ich könnte einfach so viele Leute aussehen, die noch alle mit damit zu tun haben, natürlich die ganzen Stream-Mods, die immer im Stream für Ordnung sorgen, die ganzen Fragen beantworten, die einfach uns immer helfen, die für, die einfach immer da sind und nicht nur die Stream-Mods, auch an viele Leute, die mit Mucka zu tun haben oder die mir geholfen haben, wie zum Beispiel Zalix, wie Jan, wie Matze oder einfach so fucking viele Leute, dazu gehört natürlich Kevin.de, Tudu, mit dem ich immer wieder aufnehme, mit denen es einfach sauviel Spaß macht aufzunehmen, wir blödeln, wir albern, die mir auch immer weiterhelfen, die, wo Tudu hat mir zum Beispiel mit dem Shop geholfen und es ist einfach, vielen Dank, dass es euch gibt, einfach, Leute, vielen Dank, genauso an Captain Skuma, Skuma hat mir auch sehr viel weitergeholfen, es macht mit Skuma auch sehr viel Bock aufzunehmen, wir haben auch versucht, wieder in den letzten Wochen einen Termin festzulegen, wo wir was aufnehmen können, aber irgendwie finden wir keine Zeit, aber das wird auf jeden Fall noch kommen und es sind einfach so viele, genauso an Shinzo Beats, Shinzo Beats macht mir immer wieder Musik für die Videos, die ich zum Unterlegen benutze oder die ich privat benutze, einfach Shinzo auch vielen Dank an dich, super Musik, die du machst, an Straßenapotheker, der mir Designs macht, da sind noch so viele Leute, denen ich danken möchte, auch an Pete Smith, an Peter und Bram, also an Dennis, ich kann immer zu denen gehen, wenn ich Probleme habe, die helfen mir immer aus, die geben mir Tipps, die sagen, wie sie es machen würden, einfach vielen Dank an euch beide auch und ja, es sind einfach, ich könnte so viele Leute aufziehen, aber da sind einfach, das Video würde endlos lang werden und ich weiß nicht, ich möchte auch an mein altes Team danken, an Team Moonday, wir hatten heute richtig geile Zeit, das hat mir Spaß gemacht und ja, ich werde die Zeit in Ehren halten, vielen Dank dafür, dann möchte ich natürlich an TubeOne danken, an mein YouTube Netzwerk, was mir immer weiterhilft, was mich super supportet, was mich liebend oder einfach herzlichst aufgenommen hat, vielen Dank an euch, aber der größte Dank, wirklich der größte Dank, der geht nämlich an euch, an die Community, an die Zuschauer, denn ohne euch gäbe es Mucka so nicht, ihr seid einfach die Geilsten, dass ihr euch die Videos anguckt, dass ihr mit uns kommentiert, mit uns schreibt, mit uns redet, mit uns zusammen Livestreamt und einfach zusammenspielt und einfach immer die Bewertung, dass ihr ein Feedback gebt, egal ob positiv oder negativ, dass wir uns dadurch verbessern können oder dass wir einfach wissen, yo, das Video war cool, wir müssen mehr davon machen. Leute, vielen Dank, dass ihr das mit uns aushaltet, es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man überlegt, 10.000, da sind so viele Leute, das ist ein ganzes Kleinstand, ich würde euch am liebsten alle umarmen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ich hoffe, ihr bleibt noch dran, ich hoffe, wir werden ein paar mehr, Ich hoffe, ich kann euch weiterhin unterhalten, ich hoffe einfach, dass ich euch glücklich machen kann, so wie ihr mich glücklich macht, deswegen Leute, ich hoffe einfach auf viele, viele weitere Videos, mit denen ich euch unterhalten kann, Leute, haut rein, wir sehen uns in den nächsten Videos und einfach nochmal ein fucking dickes Dankeschön an euch alle. Ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos.